Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Automats 8. Ich bin Herr Kekli, schön, dass du wieder dabei bist. Falls du neu dabei sein solltest, schön mit den Tulpen hier. Hoffentlich gefällt dir dieses Let's Play und hoffentlich gefällt dir diese Folge. Wir sind gerade auf dem Weg nach Hause. Oh, eine Fuchsfamilie. Haben jetzt mal ein paar Diamanten geholt in der letzten Folge. Ich glaube so 7, 8 Stacks. Ein paar. Dank Digital Miner. Ein Hoch auf Digital Miner. Es ist gerade ein bisschen schlierig. Ich mache mal kurz den hier. Zack. Dass er die Chunks einfach nochmal neu lädt. Damit wir da nicht so viele Frame-Einbrüche haben. Und in der letzten Folge haben wir so ein bisschen darüber geredet mit dem Verwöhntsein hier. Mit den ganzen Mods. Da hinten haben wir noch so ein Tor. Mit der Hülle natürlich auch sehr, sehr geil. Und ich habe letztens wieder in Version 1.0 reingeschaut. Und ich muss sagen, ja, es ist schon ein anderes Feeling. So, den Goldblock nehme ich natürlich mit. Zack. Uah. Und hier ist noch dementsprechende Kiste. Das nehme ich natürlich auch alles mit. Zack, zack, zack. Alles meins. Gut, ich könnte natürlich hier das Obsidian, aber wir haben kein Level Diamond. Könnten wir eigentlich jetzt bauen, aber dafür müsste ich dann den Digital Miner rausholen. Da die Diamanten erst rausholen und so weiter. Deswegen. Wir haben noch einen weiten Nachhauseweg. Ne, aber das mache ich natürlich auch extra. Was ist das denn da? Ist das ein Turm? Ist das ein Biegen oder ist das eine Treppe? Eine Leiter. Das sieht mir nicht aus wie ein Biegen. Oder ist das wirklich ein Biegen? Weil ich dachte kurz, dass das vielleicht eine Leiter ist für ein Dings. Aber es ist, glaube ich, ein Turm. Oh, Hilfe. Eine Leiter für ein... Na, wie heißt es denn? Zeppelin. So. Ah, doch. Es ist ein Turm. Okay. Warte mal. Ich habe doch ein Bett dabei, oder? Äh, so. Dann gehe ich kurz schlafen. Pass auf. Die Fackeln packe ich mal wieder hier hin und dann gehe ich mal kurz schlafen. Weil von der Ferne sah es wirklich aus wie eine Leiter. Aber es wird wahrscheinlich einfach nur ein Turm sein, ne? Ja, es ist ein Turm. Schade. Ich dachte, das wäre so eine Riesenleiter, die in eine Wolkenstadt führt. Das wäre natürlich... Auch eine Idee. Ja, da ist der Turm. Zum Thema Glasstadt, da in den Bergen. Ja. Ich habe schon wieder neue Ideen. Ähm. Ja, aber das sind natürlich Projekte, die... Ne? Dementsprechend lang dauern. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gar nicht näher kommen. Aber hier auch die Lichtung. Schön. Ich mache mal den, ne? Dann haben wir die ganzen Sachen nicht. Wir müssen in diese Richtung zwischendurch. Können wir ja nochmal gucken. Wo wir lang müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da rüber kommen. Ja. Vielleicht da. Von da dann. Müssen wir kurz ein bisschen den Jumping Jack machen. Ähm. Und ja, falls du neu sein solltest. Und ich wundere es, warum es vielleicht im Hintergrund im Mikrofon ein bisschen rauscht. Das kann daran liegen, dass ich den Heißlüfter anhabe. Weil es sehr kalt in Deutschland ist. Natürlich wirst du jetzt denken, was? Das ist wieder eine Unmenge an Strom. Nein. Es ist ein Energiegerät. Klar, natürlich, es erzeugt Strom. Äh, es läuft über Strom. Ganz klar. Ähm. Aber ist jetzt nicht so schlimm im Vergleich, wenn ich jetzt die Heizung anmachen würde. Weißt du, wie ich meine? Muss ich da lang? Ja. So, wir können springen. Wir kriegen keinen Schaden. Gut, dass ich doch noch die Hasenschuhe jetzt angezogen hatte. Oder beziehungsweise nicht ausgezogen hatte. Dann können wir nämlich hier mir nichts, dir nichts einfach rumspringen wie ein Wilder. Und du hast es wahrscheinlich schon gemerkt. In der letzten Folge so, oder die letzten Folgen gucken wir immer so, dass wir 15 Minuten haben. Ähm. Weil damit wir es wieder ein bisschen regulieren. Ich möchte nicht am Stück aufnehmen, sondern trotzdem mit Intro, Outro. Ähm. Aber dementsprechend dann halt auch eine geringere Minutenanzahl, damit wir ein bisschen mehr vorankommen. Ähm. Und ich natürlich produktiver sein kann in der Zeit, wo ich aufnehme. Weißt du, wie meine? Das muss man natürlich auch alles mitberechnen. Ähm. Greift die Spinne mich jetzt an, weil es hier dunkel ist? Nee, ne? Oh. Äh. Hilfe. Tschüss. Obwohl eigentlich für einen Rekord, ne? Warte mal. So. Ich weiß gar nicht. Brauchen wir eigentlich noch Spinnen? Müssen wir... Oh. Äh. Die Spinne... Da kommt noch eine. Okay. Warum sind hier so viele Spinnen? Ich würde mal auf Deutsch sagen, die Spinne wurde gefiegt. Gefiegt. So. Stimmt, da wollte ich eigentlich jetzt gerade mal gucken, ne? Warte mal. Wie mache ich das denn nochmal? Hier, ne? Ah, guck mal. Wir haben da sogar wieder was, äh, neu. Productive Beast. Ah, wir haben alle sechs Dinger gefunden. Ah, okay. Ähm. Warte mal. Wo ist denn unser Bounty Board? Da. Spinnen haben wir. Wir brauchen noch... Creeper brauchen wir noch. Hexen brauchen wir noch. Und Endermänner haben wir 50%. Also, dementsprechend 50 Endermänner. Ja, Enderdragon. Ja, ja. Das haben wir Kill the Wither, Kill the Elder Guardian, beiden Chimera. Das ist Twilight Forest. Ja, ich weiß nicht, ob wir jemals... Ich glaube, das könnten wir uns eigentlich für die tausendste Folge aufsparen, den Enderdrachen zu besiegen. Das könnten wir machen. Ja. Sag mal. Was ist das? Shrub. Shrub. Das ist das... Das ist die Spin-Off-Serie von Scrubs. Hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Gibt's auf Schnettflix. So, ich schwimm mal. Das könnte man wirklich mal machen, ne? Weil der... Ich hab, glaube ich, noch nie... In meinem ganzen Leben... Ne, hab ich noch nie. Ich habe noch nie in einem Minecraft-Let's Play oder in einer Minecraft-Welt alleine... Ich glaube, zusammen schon mal. Ähm... Aber alleine den Enderdrachen... Bewusst... Versucht zu finden. Und bewusst zu töten. Das wäre vielleicht mal... Ne tausendste Folge wert. Ja, ja... Jetzt hab ich natürlich schon ein bisschen gespoilert, was in der tausendsten Folge passiert. Aber es kann sich natürlich noch alles ändern, ne? Das kann auch sein, dass wir das in der achthundertsten machen, in der neunhundertsten. Ähm... Oder... Auch einfach so random. Wie wir gerade Bock haben. Ähm... Aber eigentlich bin ich halt auch so eher der, äh... Ne? Chilligere Typ. Ich muss jetzt nicht unbedingt den Enderdrachen besiegen, damit ich irgendwie... Ähm... Ne? Das ist ja wirklich das Ende dann von Minecraft eigentlich. Aber... Ich bin da nicht so erpicht drauf. Weißt du, wie ich meine? Das war ja auch damals mit, ähm... Mit den Neterit-Spitzhacken. Ne? Wo wir noch damals die Life in the Woods Map hatten. Ähm... Und ich die ganze Zeit noch mit Eisen rumgedümpelt bin. Da hieß es ja auch... Ja, wie kannst du noch mit Eisen rumdümpeln? Ich hätte schon... In drei Stunden hätte ich schon Neterit und hätte schon den Enderdrachen gelegt und... Wo ich mir denke, ja, das ist ja alles schön und gut, dass du das machst und dass... Und dass deine Ziele sind. Aber... Ähm... Aber meine sind es jetzt nicht. Das schweben goldene Äpfel... Ne, was schwebt denn da? Hä? Was ist... Ein Wildschwein. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Halboafrucht. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Dass hier vielleicht mal ein Baum war... Ja, hier ein Baum war und der irgendwie dissipiert ist. Kommen wir da hinten zu Kirkwurst City? Kann das sein? Ja, könnte... Wohlmöglich so sein, ne? Ich lasse die Früchte mal Früchte sein. Schwebende Früchte. Na. Ähm... Ich bin halt eher so der Bautyp, ich bin so der Erkundtyp. Ich muss nicht unbedingt jetzt den guten Wither, den haben wir damals. Da habe ich glaube ich immer noch die Aufnahme. Den hatte ich ja gemacht, glaube ich, damals für den Stab der Unendlichkeit. Hat es aufgenommen, dabei Feuer und Flamme geguckt. Sorry, aber nie veröffentlicht. Der Kampf war eigentlich jetzt nicht so krass. Ich hatte ja das Jetpack. Den habe ich gespawnt und dann bin ich noch umgeflogen. Der kam ja und dann habe ich den getötet und dann war es das dann auch schon. Wie gesagt, die Aufnahme habe ich immer noch, aber noch nie veröffentlicht. Müsste ich dann halt synchronisieren oder beziehungsweise drüber sprechen, weil Feuer und Flamme dann im Hintergrund weiß ich nicht. Oder halt mit Musik, I don't know. Ich glaube, das ging zehn Minuten. Halt noch Vorbereitung, dies, das. Das war aber dann auch noch die Zeit, wo wir auch offline gespielt hatten. Oder halt diese Speedruns gemacht haben. Machen wir ja jetzt nicht mehr. Wir machen das ja jetzt so, so wie lange das, so lange wie das dauert. Da muss man dann halt durch oder halt die Folgen skippen. Ist halt einfach so. Und ich denke mal, dass wir in dieser Folge immer noch nicht da sein werden. Aber es gehört halt dazu. Ne? Klar, natürlich, ich würde wahrscheinlich jetzt, wenn ich so offline spielen würde, würde ich natürlich jetzt hinfliegen. Glaube ich. Aber warum sollte ich das machen? Aua. Ich möchte ja hier noch ein bisschen die Welten erkunden. Vielleicht findet man ja unterwegs noch einen Wegstein. Kann ja auch alles möglich sein. Oder irgendeine Bauten, die man noch nicht gesehen hat. wie zum Beispiel hier auch den Asteroiden. Aber ich glaube, da waren wir schon drin, ne? Da können wir mal kurz nachschauen. So, zack. Ne, hier waren wir noch gar nicht drin. Obwohl, hier mit dem Koppel verdächtigt. Okay, das dauert viel zu lange. Okay, das dauert viel zu lange. Lass bleiben. Dann lassen wir den Asteroiden mal Asteroiden sein. Und, ähm, ja. Ah. Okay, aber hier, sowas, siehst du? Das nehmen wir natürlich auch alles wieder mit. Zack, 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 zack. Okay, ich muss mal kurz ein bisschen einmal einsortieren. Das kann da rein. Ja, ich muss unbedingt, ich brauche unbedingt, äh, die Werkzeuge können hier rein. Äh, zack, 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 zack. Compress Stone, das kann hier mit rein. Das kann theoretisch auch mit da rein. Ähm. Ähm. Und das kann auch hier rein. So, zack, da nehme ich noch die Spitzhacke mit. Ist das Gold eigentlich? Goldspitzhacke, ja. Sieht immer so anders aus, wenn die verzaubert sind. So, da haben wir wieder einen Händler. Ne, deswegen, ich mag das viel lieber, als hier jetzt durchzurushen, weißt du, oder durchzufliegen. Und dann kann man hier nämlich noch entspannt reden, noch entspannt, äh, die Gegend erkundschaften. Eigentlich brauche ich mich auch gar nicht rechtfertigen, weil ich sowieso das mache, was ich will. So, ich trinke mir mal kurz einen Schluck Kaffee. Mhm. Mhm. Ah. Ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Oh. Hier haben wir wieder ein Dorf. Ist das vielleicht ein Indikator dafür, dass wir schon da waren? Oder sind das, ist das deren Art von Beleuchtung? Ich glaube, ist das deren Art von Beleuchtung, oder? Hier sind auch die Bücherregale. Die Bücherregale lasse ich auch mal. Ah. Das Schaf lasse ich auch mal da drin. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. So. Ich, ich, äh, ich bin einfach mal so frech, ne? Ich bin einfach mal so frech. Ich leg mich einfach mal ins Bett hier mit rein. Ähm. So, hallo. Hilfe. Hallo. Ich meine, die, äh, die Punkte, äh, die Punkte, die Drohnen sind mir eigentlich egal. Ich hab schon irgendeinen Scheiß schon wieder aufgesammelt. Aber ich würde hier gerne, haben die hier vielleicht irgendwo einen Wegstein? Die hatten einen Wegstein. Okay, hier waren wir schon. Okay, pass auf, dann mach ich mal kurz mal wieder den hier. So. Das internationale Zeichen für hier waren wir schon. Obwohl, warte mal, ich kann ja einfach den machen. Zack, zack, zack. Ne? Und wenn man das sieht, ah, okay. Ne? Und eigentlich ist es natürlich auch ein Indikator immer dafür, wenn irgendwo ein Wegstein weg ist in einem Dorf, das man hier schon war. Äh, wo müssen wir lang? Da. Katze, sehr schön. Wie viel haben wir noch? 4.200. Ja. Es ist ein langer Weg, aber dementsprechend müssten wir das sowieso machen, wenn wir irgendwann mal sagen, okay, pass auf, die Wegsteine machen wir weg, damit wir weniger Wegsteine haben und nicht immer suchen müssen. Ähm. Müsste man wirklich nochmal kategorisieren. Ich weiß nicht, Cactus City, ja, das ist halt gut, ne? Da kann man nämlich Keramik, wenn man das braucht, kann man da hinreisen. Da müssen wir dann halt so ein bisschen die Sinnigkeit dann auch nochmal abwägen. Wie Sinn macht das? Erzernte. I don't know. Haben wir da noch genug Erz? Ähm. Brauchen wir das unbedingt oder können wir sagen, alles klar, äh, wir lassen das sein? Ne? Das kann man natürlich dann dementsprechend schauen. So, zack. Lala. Dahinten ist noch ein Dorf. Okay, da muss ich, da muss ich, wenn er natürlich ein Dörfchen ist, muss ich natürlich schauen, ob ich da schon war, nicht? Da könnte natürlich noch ein Wegsteinchen sein. Hier. Hasse das Händlerkärtchen. Forstlichter. Hallo? Schwimmt der schon schnell? Nee, ne? Oder? Doch, ich glaube, er schwimmt schon schnell. Kommt mir gar nicht so sch-sch-sch-schnell vor. Sch-sch-sch-schnell. Ah, ich glaube, das ist so ein Mein-Colonies-Ding, ne? Ja. Der schwarze Brunnen oder was soll das sein? Ah, da waren wir schon. Okay, ich sehe schon. Siehste? Hat direkt funktioniert. Hat direkt funktioniert. Sehr schön. Okay, wir sind wieder bei 15 Minuten. Dann würde ich sagen, äh, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ist jetzt halt ein bisschen viel Gerenne, aber nun gut. So ist das mal, ne? Alles klar, bis dahin, ciao mit V und tschü mit Ö. Tschüss.